Da war so eine gute Aussicht. Weißt du noch diese lange Straße? Du hast gesagt, dass der Himmel am Ende der Straße wäre. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist mir jetzt schon so oft passiert. Eine Anzeige von der Westlandklinik. Kommen Sie mit. Es ist, als würde ich es anziehen. Der blonde Todesengel genannte mutmaßliche Serienmörderin Lucia D.B. wurde heute verhaftet. Sie helfen den Kindern, das bewundere ich. Sie wollen nicht, dass sie leiden. Ich will meinen Anwalt. Ihre schlechte Jugend, die Horrowerbücher, das sind alles Merkmale, die auf eine Psychopathin hinweisen. Ist erst ein Mord bewiesen, sind es die anderen ebenso. Wenn Sie diese Arbeit lang genug machen, wissen Sie, wie wenig es braucht, um ein schlechter Mensch zu werden. Und um gut zu sein? Alles beruht auf Annahmen, Gerüchten und untauglichen Beweisen. Aber sie war nicht einmal im Krankenhaus. Haben Sie vielleicht vergessen, für wen Sie arbeiten? Ich kann Ihnen vielleicht neue Informationen geben. Und dann, damit Sie wieder alle über Lucia herfallen, das überlebt Sie nicht! Sie wissen, dass ich unschuldig bin. Aber das kann mich nicht retten. Ich hab das nicht getan!